Oberst Klink? Ich könnte Sie knutschen. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Nein? Nein. Ist ja lachhaft. Boah, nein. Hey, hey. Ein Käfig voller Helden. Morgen wieder bei Kabel 1. Guten Abend. Die D-Mark hat endgültig ausgedient. Zumindest an der Börse. Per Knopfdruck begann in Frankfurt eine neue Ära. Alle Kurse werden jetzt nur noch in Euro angezeigt. Außerdem Wirbel um die Fußball-WM. Nachrichten um 20 Uhr. Bis dann.